Aufbrecht mich schön! Wie viele Leute kommen? 22 Das dauert Ist ein Fail Das ist ein Fail Ich hab dir gesagt Ist der erstmal gebandelt Ja Ja, die gegen Eis ist ja auch gut. 2 oder 11. Eis ist halt scheiße, weil alle dauten, ob die kleine Blöden sind. Ja, aber da muss ich noch ein bisschen rauszulegen. Wir bauen die Abbrüche. Da muss ich auch glauben. Da muss ich auch nicht zählen. Ja, aber wir haben ja immer schon mal eine gute Einfachung. Oder wir haben gute Einfachung. Ja, das hat wirklich auch gemacht. Ja, das ist auch sehr, dass das so der andere ist. Das sind nicht mehr als heute mal hier. Ja, das hätte man eigentlich so liegen. Ich weiß nicht, ob es eigentlich so ist. Ich finde es ganz schön. Ja, auch vorne. Ja, genau. Ja, hast du. Ja, hast du. Ich habe einen Moment, dass ich wiedergekommen bin. Das geht auch so. Ich habe doch gedacht, okay, das kann ich auch so. Oh, Stütze. Ja, das stimmt dann. Oh, ich habe ja nicht. Genau, da ist das erst im Ruf des Rufes. Nein. Scheiße. Nein, das ist jetzt auch nicht. Das ist alle erste Match, wenn sie sich losziehen. Wenn sie sich alleine losziehen. Das ist die erste Match. Es ist alle erste Match. Kannst du das erste Match, wenn sie sich losziehen? Wenn sie weiter losziehen, ist sie sicher die Stütze. Was ist das wichtig? Ja, das ist lustig. Ja, das ist mein Netz. Hi, Benjamin. 1 Ich kann natürlich sagen, dass die Leute, die nicht in die Zeit entschuldigen wollten, schmolzender werden wollen. Ganz verdammt. Ich glaube, ich bin wachsamer. Das fass ich auch so, ja. Ich fass mich auch so gut. Weil der Top-Sachs ist leider schrecklich geworden. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Boah! Ja! ! Ja! Vielen Dank. 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 Max, du saugst. Was? Was wird sich jetzt dagegen unternehmen? Du bist ein guter Kommentator? Was? Max, du bist ein guter Punkt. Du bist ein guter Punkt. David, du bist ein guter Punkt. David sagt bedauerlich. Was? Du bist ein guter Punkt. 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 Sorry, Nu Americans. Oh fuck!